Musik Die Autofahrer sind durch Handzettel schon darauf hingewiesen worden, dass die Parkfläche an der Hauptstraße gegenüber der Ausfahrt der Hofstraße ab dem 24. April nicht mehr genutzt werden kann. Dann beginnen die Bauarbeiten für den Park. Die Zufahrtsmöglichkeiten der angrenzenden Grundstücke werden grundsätzlich, je nach Baufortschritt, ermöglicht. Es könne bedingt durch Anschlussarbeiten von Versorgungsleitungen phasenweise aber zu kurzfristigen Einschränkungen kommen, teilt die Stadt Balbe mit. Die Baumeistnahme erfolgt im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms NRW. Die erste Baumaßnahme in Balbe wird damit umgesetzt. Also dran denken, ab Montag, 24. April herrscht Parkverbot, sonst wird abgeschleppt.